Ein Video! Nur mal so, wir wollen das filmen! Mittelmeile mit Markus seinem Hotrock. Aber der will ja nicht, der traut sich nicht. Ja, keine Erfahrung auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Oder die schönen Rumpenstollen hier? Ja. War ja geil! Mit dem Park kann man es ja machen.